Hallo, ich heiße Tara und ich bin Karim. Hinter mir ist Elias im Schwimmbad und Lone ist hinter der Kamera und wir sind für fünf Tage auf Mallorca in der Finca Rosario in der Nähe von Felanit. Wir sind nicht das erste Mal mit Finca Jorca auf Mallorca, sondern schon öfters hier gewesen, aber diese Finca gefällt uns ganz, ganz besonders gut. Wir finden den Außenbereich klasse, den Cool super und die Palmen finden wir auch ganz besonders. Im Außenbereich gibt es weiterhin einen Grill, der uns gut gefällt und den wir auch schon fleißig benutzt haben und müssen sagen, dass die Finca insgesamt sehr großzügig ist, viel Platz für vier Personen gibt und eine wunderbar ausgestattete Tüche hat mit allem, was man braucht. Die Vermieter sind sehr nett, sind nebenan und stehen immer zur Verfügung. Es gibt eine Tischtennisplatte und nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir auch gelernt, ohne Deutsch oder Englisch auf Spanisch miteinander zu sprechen. Tschüss! Uns gefällt's, wir kommen wieder. Tschüss! Finca Jorca. Urlaub dir was.